Hallo Tanja, grüß dich. Hi David. Na? Freust du dich? Total. Wird eine tolle Sache. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf Boot fahren. Geht immer. Super, oder? Let's go. Wir werden heute nicht nur viel sehen, wir werden auch viel hören. Das kommt ja auch noch mal dazu. Eine schöne Kombination, darum geht es ja im Leben. Die Sinne sozusagen alle greifbar da haben. Ja, und das erleben wir jetzt. Herrlich. Klang spielt für dich ja auch eine riesengroße Rolle in deinem Leben, ne? Es ist die größte Rolle. Je mehr ich höre, desto mehr kann ich darauf eingehen. Deswegen ist für mich Sound natürlich etwas, authentischer Sound, ganz, ganz wichtiges für meinen Beruf. Ich finde das spannend, dass du, hast du mir ja vorher kurz erzählt, seit ein paar Jahren, dieses, ich habe es übrigens überhaupt gar nicht gesehen. Ja, die sind so winzig, die Hörgeräte. Die sind so klein. Also hättest du mir nicht erzählen brauchen, ich hätte es nicht geglaubt. Wie ist da jetzt der Vergleich von früher Musik hören und jetzt Musik hören? Also ganz anders, weil ich natürlich früher auch diese Nuancen gar nicht rausgehört habe. Aber das ist natürlich das Schöne an diesen Hörgeräten, dass es einfach ein authentischer Klang ist, das ist ein ganz natürlicher Klang und ich die Musik einfach sehr intensiv erlebe. Darf ich mal probieren? Probierst du es mal aus, weil es ist jetzt wirklich sehr, sehr live, sehr nah dran. Erzähl mir mal ganz kurz, wie, weil ich finde das besonders spannend, dass Videx auch eine App entwickelt hat, womit man das Hörgerät spezifisch auf Musik abstimmen kann. Ja, tatsächlich ist es so, dass natürlich das Hörsystem mit dem Handy gekoppelt ist. Das heißt, ich habe das Handy ja sowieso immer dabei und ich kann tatsächlich den Sound, den ich gerade brauche, einstellen. Als ich deine Musik gelauscht habe, dann habe ich auf das Tool Musik gedrückt. Das heißt, dann kann ich besonders diese Klänge, den Sound, den natürlichen Sound, den deine Geige produziert, den du für mich gespielt hast, ganz natürlich hören. Ein Hörgerät zu haben, was auf jede Situation wunderbar abgestimmt ist, das halte ich für unglaublich wichtig. Ja, das hilft mir in meinem Leben in allen Situationen. Ja, ob ich jetzt im Straßenverkehr bin, da gibt es mir Sicherheit. Ob ich jetzt mit meinen Kindern zusammen bin, ob ich arbeite, es ist ein Stückchen Lebensqualität. Es ist auch eine ganz andere Frequenz. Dass es da die Möglichkeit gibt, das wirklich fürs Gehör, fürs Ohr anzupassen, das finde ich unglaublich spannend. Es war für mich heute echt etwas Besonderes und für mich, ehrlich gesagt, umso besser in der Situation etwas zu unterstützen, was nicht nur wichtig ist, sondern was qualitativ wirklich hochwertig ist und das Lebensgefühl und die Lebensqualität wirklich nachhaltig positiv beeinflusst. Ja, du hast es auf den Punkt gebracht. Also ich freue mich, auf dein Konzert zu kommen und den Sound so wie heute mit dir genießen zu dürfen. Das freue ich mich auch und ich bin wirklich happy, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir viel Spaß gemacht heute. Schön, herrlich. Dann lass uns anlegen. Lass uns anlegen.